hallo youtube freunde und willkommen zu diesem video und ja wir machen heute mal wieder ein kleines pool let's play so den kleinen sack wieder aufgepäppelt ja mein freund und ich wollen heute ein video machen heute nachmittags und so 17 uhr 16 uhr bis 18 uhr so um die zeit wird es auf jeden fall rauskommen und zwar im sommer da haben wir ja schon hier diese kleinen autorennen da ein lego gemacht mit lego star wars figuren lego city lego movie figuren alles mögliche was ich da hatte und ja sowas wollen wir jetzt mal in lego spongebob format machen und ja was ich euch schon mal sagen kann zwei dinge wie ich eben schon sagte wird es in lego spongebob format sein also ein lego spongebob style und dann wird es dann werden hier dann werden dann noch die kampf droiden von star wars diese lego kampf droiden die ich habe von lego star wars werden dann mitten reinkommen in das video und sie wollten eigentlich nur bikini bottom überfallen doch das was dann durch dann passiert das werdet ihr dann sehen ja nein nochmal heute bin ich irgendwie nicht so gut nicht so gut drauf sondern heute nicht so gut in den spielen die im pool letztes pool als player habe ich ja vor einer woche oder so geladen keine ahnung vor ein zwei wochen ich habe jetzt puh schon seit drei wochen in drei wochen sind oster ferien also was ich leute was ich euch auf jeden fall noch mal sagen möchte und zwar wie schon neben 40 abonnenten special trailer angekündigt habe wird das 40 abonnenten special genau wird das 40 abonnenten special auf jeden fall noch ende märz raus kommen also es wird schon raus schon längst raus sein wenn der erste april ist das werde ich euch versprechen ja also leute ich mache die pool als place hat eben um mit euch ein bisschen zu reden also um euch ein paar informationen zu bringen und so dafür nütze ich eigentlich die pool als place ehrlich gesagt also was machen ja eigentlich viele youtube während im let's play reden die dann ja ein bisschen über die ganzen dinge so über informationen und das mache ich ja jetzt auch was mache ich auch erst seitdem mein pool erwachsen ist erst seitdem mein pool erwachsen ist mache ich sowas weil wir haben jetzt ja aufgepäppelt und ja ich mache nur also jetzt lade ich nicht mehr so viele pool als place hoch also ich lade nur pool als place hoch wenn einmal in der woche mal nochmal informationen zu bringen oder so manchmal auch zweimal in der woche wenn ich mit meinem freund zum beispiel das mache der hat ja auch pudding den können wir ja heute auch nochmal besuchen und ja also ich werde nur ich werde einmal in der woche werde ich mindestens ein pool als play raus bringen und dann dann auch wenn wenn ich für puh was neues kaufen will wie zum beispiel ein neues kostüm so neue dinge was ich mir auf jeden fall holen will ist hier dieser deutschland ball und der ist leider erst ab level 50 ne ne na sie mal einer an unser puh ist gewachsen der puh von meinem freund ist jetzt also gewachsen in dem jahrzehnten let's play oder so keine ahnung jetzt welches es nochmal war wo mein puh gewachsen ist da war der genauso groß am anfang ich gucke gerne mal bei meinem freund vorbei aha like like to like ist ja auch eine freundin ist ja auch ein 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 puh freund von mir hier gästebuch also da gibt es schon einige lustige nicknames ne sowas gebe ich nicht extra sowas ein bisschen gelder aus ne ne ich habe mich ein bisschen bei puh ich bin hier ein bisschen bei puh ich ich das verstehe ich nicht leute was 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 das was was es das ist es das Naja, echt komisch. Ich komme es nur zu diesen Screenshots. Ach, Leute. Meine Oma brauchte gerade was hier. Meine Oma gerade. Das habe ich gerade hier Cut gemacht. Das habe ich gerade gemacht. Ich habe so lange kein Roblox Let's Play mehr hochgeladen. Weil ich irgendwie gerade nicht weiß, was ich bei Roblox jetzt spielen soll. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Roblox habt, was ich bei Roblox spielen könnte. Oder was für Spiele insgesamt ich noch spielen könnte und aufnehmen könnte. Na gut, das wäre es dann erstmal mit dem Let's Play. Okay, dann Tschüssi! 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 Tschüssi!